Sollen Sie sagen, dass der Herr am Seil da ein Offizier ist? Ach ja, das wäre ja unerhört. Das wäre ja ein Affront gegen das gesamte Offizierskorps. Bei uns in Preußen, da hätte man euch beim Militär von den nötigen Schliff beigebracht. Ja, vielleicht bei euch in Preußen, aber bei uns in Wien geht's in der Haus, Onkel. Was? Jetzt sind wir einberufen. Also mir ist das völlig schleierhaft. Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Können Sie uns die Koffer tragen, helfen, Herr Stationsvorsteher? Ihr Gscherten haben, Ihr Blattfuss, Indianer! Danke! Danke, Herr Oberst! Tauglich! 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 Ich bin der Stolz der Kompanie, der Stolz der ganzen Infantrie. Schöne Frauen stehen, spalier, wenn ich's vorbeimarschier. Wenn ich es saludiere, ein stolzer Kavalier. Ja, in der K- und K-Montur, da mach ich's doch, eine Figur. Für dieses geniale Rezept können Sie von mir haben, was Sie wollen. Wirklich? Wirklich. Alles? Alles. Dann geben Sie noch ein Stück von den Braten. Dann geben Sie noch einen Stück von den Braten. All so. Alles? Ossang, ossang, ossang ist das, das ist das, das ist das.